Schudl's Food Stories wird präsentiert von Lidl Schweiz Lidl lohnt sich und A-Vogelherber Mare Mein Salz, mein Geschmack Heute bin ich an einem sissen Gewächs auf der Spur. Im Grunde genommen geht es nun um das eine Gutes Essen Denn die schönsten Rezepte und Geschichten schreibt das Leben selbst Ein frücher Morgen im November Das ist schon fast so ein bisschen Jetzt sind wir da noch reif Die Rohstoffe, direkt vor uns, versüsst auszuleben Jetzt ist eigentlich der optimal Zeitpunkt Jetzt hatten wir auch schon kälte Lechte Und die Pflanze, als ich merke, jetzt geht es in den Winter, beginnt sie richtig einlagern Rees hat auf seinem Bitz Heuerzuckerrüben angebaut Genau aus solchen Rüben gibt es unseren Schweizer Zucker Jetzt sehen wir es gut, da ist der Spitz noch schön dran Jetzt ist der meiste Zucker hier oben Und hier unten Okay Und wenn wir so vergleiche machen Wenn wir jetzt hier sechs Säte Grübe nebeneinander tun Dann ist es noch ein Kilo reiner Zucker Das ist schon effizient, oder? Ja, jetzt ein paar Kilo Säcke Ja, ja Der optimal Zuckerkhalt liegt zwischen 15 und 20 Prozent Und dann haben wir uns verladen, der Herd ab Weil wir möglichst wenig Freunde besagt sind mit diesem Herd Ja Voilà Das sieht super aus Es hat schon so ein bisschen den Randengeschmack Also ist ja die gleiche Familie Ja, es ist das Gänsefussgewächs So, ja Die Rüben, so wie wir sie heute kennen ist natürlich schon gezüchtet Aber die gibt es etwa seit 1700 18. Jahrhundert gibt es in Europa Mit so einer Schippe hat man früchere Handarbeit ein Feld geerntet Schön Schön Mit der Würze Wie im Bilderbuch Ja Wunderschöne Zuckerrübe hier Direkt aus dem Boden Dann backen wir die im Salz Innen Und schauen, was passiert Es macht mir ein Curry-Salz-Teig Wir nehmen sicher so mal ein halbes Kilo Mehl So zum Einschiessen Also ich mache wirklich einen richtigen Teig Gleich viel Meersalz dazugeben Ja Ein wenig Curry-Polver dran Dass es etwas Farbe gibt und durch Geschmack Wir machen drei Eier Man kann nur Eiweiss nehmen Ich finde es jetzt Man kann gut ganze Eier nehmen Weil das Eigelde spielt nicht so eine Rügel Und dann tun wir hier noch gut so ein Tec Wasser Wir schmecken es jetzt auch schon Es ist richtig schon Geschmack in diesem Teig Das weinen wir auch Es darf nicht so, wie man es kennt beim Fisch oder beim Fleisch oder beim Geflügel eine lockere Kruste geben Das andere es muss ja richtigen Teig geben Das Gute an solchen Geschichten im Teig ist, dass es schonungsvoll gegart wird und das vor allem im eigenen Saft Jetzt schliessen wir es so etwas hochziehen Die Rübe muss man richtig sauber einpacken Weil die Rübe doch relativ filigran ist nimmt sie den Geschmack vom Teig an Mit etwas Wasser den Teig gut verschliessen Dann kommen wir hinten unsere Backstube So Und dass der Dampf weichen könnte habe ich sie noch eingestochen Setzen wir die hier drin Den Deckel drauf und dann noch die Oberhitze geben Gute zwei Stunden bei ca. 160 Grad wird die Rübe gebacken und dazu habe ich gedacht mache ich es wild so Goulash Und warum habe ich das Gericht so gerne einsatz weil es einfach wirklich sehr sehr sage ich mal anarchisch ist das heisst es ist wirklich ein grobschneidendes Fleisch das nachher viel Temperatur und schmore und macht und tut und die sind super geeignet auch draussen zu machen also für das das braucht es effektiv keine Küche die Fettstoffe hier nicht giften schön die Paprika bestäuben kräftig noch mal ein bisschen ziehen dann haben wir hier Wildschwein schultern die wir hier schön würzen die oberen Seite also noch mal würzen die oberen Seite noch ein bisschen mit Dill rein die grösstete Kürbiskerne italienische Petersilie Dill und Estragon ist Basis das riecht schon hier hier unten gewaltig dann einen guten kurz Olivenöl dran und weiter verrühren Knoblauch natürlich Parmesano zum Parmesan auch noch ein bisschen Zitronabrieb dazugeben und trochtete Chili Flakes geben die nötige Schärfe Salz einen Schluck Essig und zum Schluss krönend Abschluss einen guten Schluck Kürbiskernöl nur noch umrühren und fertig ist unser Kürbiskernpesto Im Endspurt gebe ich Kümmi, Zitronabrieb und Knoblauch ins Goulash das gehört für mich einfach dazu und dann schaue ich mal in den Ofen Zitronabrieb Hala Hala Häh? So, da wären sie Zuckernräuben auch beim Backofen oder hier sind sie silfer auszupacken hier So, du siehst das leichte Gelbe des Currys? Curry kann viel. Schön, am nächsten Barbecue eine ganze Zuckerrübe, aufgeschnitten als Beilage. Da haust du sie hinter dem Busch. Schau, das Prachtstück kann. Hier, die Caramel drückt es raus. So würde ich Spickel machen. Schau mal, wie schön das aussieht. Das Kürbiskermpesto gibt dem süsserdigen Juwel den perfekte Gusto. Und obendrauf kommt noch etwas Goppa-Schicken. So, jetzt haben wir hier unser Wildschwein-Boulage. Und es passt hervorragend zu unseren Zuckerrüben. Denn ich brauche etwas gegen Steuern. Und da ist es als herzhaftes Gericht. Einfach das non-blos-ultra. Eine Zuckerrübe im Salzteig. Wer hätte das gedacht? Das Süße dieser Rübe. Mit dem Pesto, ein wenig scharf. Weil ich jetzt herzhaft koche. Ein Wildschwein. Brutal. Töster. 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 Mega. Ja, es geht hervorragend. In den Grunde genommen geht es nur um das eine. Gutes Essen. Denn die schönsten Rezepte und Geschichten schreibt das Leben selbst. Schudl's Food Stories wird präsentiert von Lidl Schweiz Lidl lohnt sich und A-Vogelherber Mare Mein Salz, mein Geschmack